Mit einem Spitzenwert von 150 Lux wartet die neue LED-Frontleuchte Xon Space 150. Der Hersteller verspricht mit dem integrierten Akku bei Höchstleistung eine Leuchtdauer von mehr als 2 Stunden. Die Fahrbahnfläche kann somit in Weite und Breite voll ausgeleuchtet werden. Die Lichtstärke ist via Touchslider in 8 Stufen dimmbar. Bei niedrigster Leuchtstufe verspricht der Xon Space eine Betriebsdauer von bis zu 30 Stunden. Mit der IQ2-Technologie ausgestattet, sorgt der Strahler für eine klare Hell-Dunkel-Grenze. Eine LED-Anzeige zeigt übersichtlich Daten wie Akku-Restkapazität, Restleuchtdauer sowie die Uhrzeit an. Der Akku ist einfach und bequem über eine Micro-USB-Schnittstelle aufladbar und kann außerdem als Powerbank für andere elektronische Geräte genutzt werden. Das Gehäuse ist rundum mit einer Weichkomponente ausgestattet, wodurch Beschädigungen durch Stöße verhindert werden und ist zudem Spritz- und Regenwasserdicht. Der Hauptkörper ist aus eluxiertem Aluminium gefertigt. Der Busch & Müller Xon Space 150 ist STVZO zugelassen und wird mit einer universellen, werkzeuglosen Lenkerhaltung und dem Ladegerät geliefert. Preis 199 Euro 1 2 2 2 3 2 3 5